Guten Abend. Am heutigen 16. April hat der Schweizer Bundesrat den Fahrplan für die Lockerung der Corona-Massnahmen bekannt. Das ist darum für Liechtenstein entscheidend, weil wir über die gleichen gesetzlichen Grundlagen wie einen Zollvertrag verfügen und weil die Regierung bereits mehrfach erklärt hat, dass man aufgrund der offenen Grenzen und anderen Verbindungen ganz klar an den Schweizer Regeln orientieren würde. Was hat der Bundesrat heute entschieden? Er hat wie erwartet den 3-Fasen-Fahrplan bekannt gegeben. Die 1. Phase geht los am 27. April, also gut in einer Woche. Ab diesem Datum können die Friseure, Massage- und Kosmetikstudios wieder offen gehen. Auch Baumärkte, Gartenzinter, Blumenläden und Gärtenreihen können mit den entsprechenden Schutzmassnahmen wieder öffnen. Beim Friseur wird es in Zukunft wahrscheinlich etwas leisiger zuhaar gehen, weil der, der Haarschneidt, eine Mundmaske tragen muss. Ebenfalls wird ab diesem Datum die Limitierung auf den engsten Familienkreisen bei Beerdigungen aufgehoben. Und auch die Sortimentbeschränkung in den Lebensmittelläden wird beendet. Das heisst, dass der ab dem 27. April keinen abgesperrten Bereich mehr in den Läden geben wird. Und auch die Spitäler dürfen ab dem 27. April wieder sämtliche auch nicht dringende Eingriffe vornehmen. Das Gleiche gilt auch für Zahnärzte, Physiotherapeuten und medizinische Massagestudios. Damit will man vor allem negative Folgen verhindern, welche durch das langes Warten entstehen könnten. Die nächste Etappe startet am 11. Mai. Dort sollen die obligatorischen Schulen und alle anderen Läden und Märkte wieder offen gehen. Die endgültige Entscheidung will der Bundesrat aber für diesen Schritt erst am 29. April fielen. Und die dritte Etappe startet am 8. Juni. Ab diesem Datum soll der Schulbetrieb in den restlichen Schultypen, wie z.B. der Profschule, wieder weitergehen. Zudem sollen ab diesem Datum die Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe, wie die Museen usw. wieder öffnet werden. Auch das Versammlungsverbot soll auf dieses Datum gelockert werden. Details zu der dritten Etappe will der Bundesrat aber erst am 27. Mai beschliesse. Konkret heisst das, dass das Versammlungsverbot für Gruppen von mehr als 5 Personen sicher bis zum 8. Juni Bestand haben wird. Und was ist jetzt mit den Masken, die albediskutiert worden ist? Der Bundesrat per se hat dazu gesagt, dass keine generelle Maskenpflicht geben wird. Für Betriebe aber wieder öffnen, ist die Maske aber in bestimmten Fällen eine Vorschrift. Also es ist davon ausgegangen, dass für die Friseurläden z.B. die Masken-Tragepflicht gekommen wird. Und was ist jetzt mit den Grossveranstaltungen? Wir werden schon viele Fragen geben, wo langsam die wärmeren und längeren. Das sieht jetzt ziemlich düster aus. Es sind wahrscheinlich die letzten Analys, die wieder stattfinden werden, hat heute der Bundesrat per se an der Pressekonferenz gesagt. Datum hat er geheiss genannt. Man muss aber davon ausgehen, dass zumindest sicher bis Ende Juni in diesem Bereich nichts geht. Und wen tun jetzt die Restaurante und die Bar wieder öffnen? Auch da ist heute noch keine Entscheidung gefehlt worden. Die Verbände können jetzt Konzepte für eine etappenweise Öffnung für die Restaurante vorlegen, hat es aus dem Bundeshaus geheissen. Aber bis zum 8. Juni geht auch da auf jeden Fall nichts, wie es heute an der Pressekonferenz geheiss hat. Und was ist mit dem Sport? Da will man in Bern demnächst besprechen, in welchen Sportarten man wieder trainieren darf. Und wie es z.B. auch mit dem Fussball oder mit den Fussballmeisterschaften weitergeht. Ja, jetzt ist wenigstens ein Fahrplan vorhanden, woran man sich daran orientieren kann. Alle Hygiene- und Distanzregeln gelten aber auch weiterhin. Und auch die Risikogruppen sollen weiterhin zuhause bleiben. Was man in Bern heute an der Pressekonferenz gesagt hat, ist, dass man unbedingt verhindern will, dass es eine Stop-and-Go-Politik gibt. Darum sind wir vorsichtig mit den Lockerungen. Das heisst, man will nicht jetzt Sachen lockern, wenn man danach aufgrund von einem, dass die Fallzahlen allefalls wieder steigen täten, zurücknehmen muss. Und was passiert jetzt im Lechtenstein? Die Zahl der Corona-Fälle ist mit kumuliert 80 Personen seit Austria bei uns eben fast stabil. Die Regierung wird jetzt entgegen den ursprünglichen Ankündigungen schon morgen um 4 Uhr über die Lockerungen der Massnahmen ihrer Pressekonferenz informieren. Es wäre aber eine Überraschung, wenn man in irgendeinem Punkt von den Beschlüssen des Bundesrats abweichen würde. Möglich wäre das eigentlich, zumindest theoretisch, noch im obligatorischen Schulbereich, weil dort kein Austausch über Grenzen stattfinden kann. Man kann das gut finden, oder nicht. Aber es bleibt uns eigentlich nicht vieles anderes übrig. Lechtenstein ist definitiv zu klein, um das eigenes Zügelgefahren. Wir haben offene Grenzen zur Schweiz und sitzen im gleichen Boot. Und bis jetzt sind wir auch ganz froh, dort drüber zu sein. Darum gibt es weiterhin noch eines. Das Beste daraus machen und den Optimismus nicht verlieren, auch wenn es einmal schwer fällt. In diesem Sinne, bis morgen, heben die Sorge und bleiben gesund.